Let's Play Let's Play Baby Bruno begrüßt nun seinen Vater im Haue und das Spiel ist gelaufen. Let's Play Baby Bruno begrüßt nun seinen Vater im Haue und das Spiel ist gelaufen. Let's Play Baby Bruno begrüßt nun seinen Vater im Haue und das Spiel ist gelaufen. Let's Play Baby Bruno begrüßt nun seinen Vater im Haue und das Spiel ist gelaufen. Let's Play 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 Oh Gott. Dorry ist bestimmt zu... Das ist Nessi!! Nämlich ist es auch. Und wieso verbrennt sie nicht? Wieso schmilzt sie nicht? Wieso schmilzt es nicht? Warum? Dann fliegen wir erst einmal links lang. Oh, oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Bitte. Okay. Wir denken nach. Wir denken nach. Jeden Schritt bedenken. Ruhig bleiben. Und Schritte bedenken. Königin töten. Einfach draufballern. Immer draufballern. Ja, 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 ja. Unglaublich. Das hat ja unheimlich viel Energie geklaut. Ja, da ist Death Adder. Wieso jubel ich darüber? Wieso jubel ich darüber? Es ist nicht schön, dass da Death Adder ist. Oh. Nein. Nein. Ihr seid doch verrückt. Es ist doch unglaublich langsam. Nein, 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 nein. So. Wir haben den Ausgang des Levels erreicht. Und... Was? Was zum Henker? Was ist da passiert? Was soll's? Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugekackt... Äh, gekackt habt. Ja, super. Ich versau auch alles. Vielen Dank, dass ihr zugekackt habt. Äh, 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 dieser Spielzer hat dann meine Nerven. Ich... Nein, ich schlage keine Schwächlinge. Ich schlage keine Schwächlinge. Nein. Das tue ich nicht. Ich trete sie. Ha, 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 ha. Dam, 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 hopp. So, tot. Während der Ninja hier unten so schön blinzelt. Das finde ich geil. Er blinzelt jetzt einfach die ganze Zeit durch. Schaut euch das mal an. Unglaublich, oder? Mal ehrlich, das ist doch unglaublich. Ha, ha, ha. Entschuldigt bitte. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was gerade in mich gefahren ist. Ha, ha, ha. Nein, 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 nein. Nicht nochmal ansprechen. Nein. Du notgeiles Stück, endlich auf mich anzusprechen. Ja, wir wollen keinen Spaß mit den Federn. Mann. Was für eine notgeile Sau. Oh, Eddie, was für einen Spaß wir damit haben könnten mit diesen Federn. Ubisoft kann darüber auch nur den Kopf schütteln. Ich kann kein Piano spielen, denn ich bin viel zu schlecht dafür und ich mach heute mit beim Weehawk, denn er lasst mich das mitmachen. Wir besiegen den bösen Krog, weil er uns immer näher kommt und ich verspiele mich und jetzt darfst du. Hallo, ja, ähm, nein, ähm, nach dem Cut habt ihr vielleicht mitbekommen. Springen und ducken und aufstehen und warten und warten und warten und springen und drauf und ducken und warten und warten und warten und springen und ducken und warten und warten und... Ja, egal. Wir machen weiter. Robotnik, jetzt reicht's. Du kommst her. Du kommst her. Nein. Was hast du vor? Was ist mit dir? Was hast du dazu zu sagen? Na, super. Ich glaub das nicht. Was ist los? Jawohl. Und? Und? Ja, wir haben es. Wir haben es. Arriba! 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 Ubisoft. Ich muss ruhig bleiben, sonst wird das hier nichts. Ich. 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 Ja. Ich probier's nochmal. Und jetzt. Jetzt. Nein. Jetzt. Jetzt aber. Komm. Und? Nein. Nein. Speedy muss sterben. 3.700 Mal. Ooooooh. Bis zum nächsten Mal, Leute. Verdammte Scheiße. Ich mach das beim nächsten Mal. Meine Hatties verraten. Hallo zusammen. Hier bist du wieder der Arknall. Ja, du ist Gott. Jawohl. Was machst du denn hier über einen Blähensplay? Hey, ich muss gerade mal kacken. War wirklich, oder? Ich würde dich sehr, sehr gerne mal in Strapse sehen. Ich glaub, da können mir deine über 1000 Abonnenten zustimmen. Oh mein Gott. Ihr seid doch alle verrückt. Ich möchte gerne von deinen Abonnenten 1000 Kommentare unter diesen Videos sehen. Und schreiben. Niehawk im Strapse. Nein. Oh Gott. Und sollten es wirklich 1000 Kommentare werden, dann bin ich dich im Strapse sehen. Scheiße. Okay, die Wette gilt. Es nimmt sich wohl aus. Die Wette gilt, sag ich mal. Was ist los? Suhl wird gar nicht wegteleportiert. Ah! Ein Boss! Oh Gott. Ein riesiger Bugbumble mit Lolli-Flügeln. Das ist neu originell, alter Schwede. Au! Hoppala! Ich will zum... Nein! Ich will zum... Nein! Ich will zum... Nein! Zum Checkpoint, du... Nämlich, ja. Fressluftpolterer von Bowser Juniors wieder zurück. Und er will uns töten. Auch noch frech werden, oder was? Du kriegst eins auf die Fresse. Du Pinner. Ich hätte wirklich gerne eins dieser braunen Viecher. Du meinst etwa einen? Gruber! Gruber! Wie er die ganze Sache macht, aber ich glaube, ich lasse es lieber sein, weil wir jetzt die zu nahe und das würde ja sowieso nicht schlafen. Wenn ich jetzt hier die ganze Zeit so verrückt kommentiere, das wäre ja nicht sein Ding. Wenn ich hier jetzt in meiner Kommentare stelle, wenn ich so durchdrehen würde, wäre er nicht versuch, so eine ganze Sache hier zu machen. Aber er macht ja das Ganze, macht er eigentlich ja ziemlich gut hier. Aber er will es ja gar nicht sehr zugeben, dass das hier gut macht. Nein! Er ist ja nur der Viecher, der zu doof ist für als 9. Ich bin nur klein und ich kann nichts. Oh! Mein Gehirn ist genauso klein, wie ich groß bin. Oh! 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 Ich bin der arme Viecher. Oh! Ich schaffe es noch nicht mehr hier hoch zu springen. Und ich ertrink hier. Oh! Mein arme Skoshy! Hilfe! Ich komme nicht hoch! Und jetzt treffe ich dich nicht, weil ich treffe dich am besten jetzt auch noch nicht, weil ich dich jetzt auch noch nicht treffen möchte, sondern lieber gleich jetzt quasi in diesem Augenblick nicht, weil ich dich jetzt treffen will. Passiert. Oh mein Gott, was hat er gemacht? Wobei das eben auch nicht beabsichtigt war. Jetzt komm her! Mann! Komm! Ich darf nicht gegen einen einzigen... Steck nicht das Schwert weg! Kämpfe! Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich hasse sie. Ich hasse sie wie die Pest. Diese verfickte... Ver-ver-verfluchte! Entschuldig bitte. Böse Wörter am Frühen. Grünen Morgen. Was nennt sich hierbei um? Den mächtigen... Silversonic! Ja, damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, was? Haha! Und hier müsst ihr... Fuck! Entschuldigt. Entschuldigung. Hallo Segelbootmann. Wie genießt du denn die Ruhe auf Holiday Island? Auch von dir muss ich natürlich ein Foto machen. Ja, Holiday Island. Von Weitem. Eine wahre Augenweide. Besonders im Abendhof. Wenn alles dabei ist, seinen Urlaub zu genießen. Es ist einfach eine schöne Insel. Ja? Und! Wir haben eine famose Landung hingelegt! Hey! Das Problem ist, es ist noch nicht Zeit zu landen und... Er wirft ein Felsen nach uns und hat uns zerstört. Super! Ja, das ist die Eigenschaft von MegaHawk. Ja, das ist auch... Das ist die Ereignisse. Da ist die Ereignisse. Die Ereignisse. Die Ereignisse. Ja, der ist das, was wir... Wir haben eine große Ereignisse. Die Ereignisse. Das ist die Ereignisse. Vielen Dank.